Ja und Hallöchen, heute ist der 19. Dezember und das bedeutet auch, richtig, das 19. Türchen. Ja, das hört sich doch schon voll viel versprechend an. Wir nähren uns immer mehr und immer mehr dem Ende. So, wo ist die 19? Zack, ganz schlicht und einfach hier unten. Äh, wo bin ich da? Da? Aha, das ist immer so hinten bei der Kamera, ganz einfach. So, öffnen wir. Oh, was liegt denn da? Da ist vermutlich das, das, ähm, Eichhörnchen. Endlich mal wieder ein Tier. Ja, das ist immer nicht schlecht. Das hat sich schon mehr gelohnt, auch wenn das hier ein bisschen kleiner ist, aber es hat sich gelohnt. So, morgen kommt dieses Feld dran. Dieses Feld. Sind wir noch gespannt, was da drin ist. Ja, boah, sehr, sehr schön. Sehr viele Türen sind offen, aber die große Ecke bleibt immer noch eine Überraschung. Was ist da drinne? Ich schätze mal, ein Gaul. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, also bis morgen sogar. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.